So, ich hab's nicht schon gehört. Ich mach mein Licht, vorsichtig, aber ich mach mal kurz aus. Oh, okay, Unwetter ist jetzt nicht schön. Mal hier durchgehen. Ist vielleicht sicherer wirklich durch, als direkt dann. Sollen wir mal zu diesem Polizeitruck? Müssen wir wahrscheinlich je, aber... Ich will den nicht aufmachen, weil wenn da irgendjemand drin liegt... Kann man den überhaupt aufmachen? Das sieht nicht so aus. Ey, der steht da so provokativ. Da muss man irgendwas mit machen können. Daneben nicht, wir lassen das Licht mal echt aus. Da steht einer doomed. Ah, super. Ich hoffe, das ist der einzige, der hier rumläuft. London ist doomed. We are over. Prepare for the ends of the world. Stirb! Oh, wo kommst du her? Oh mein Gott. Bleib weg. Ich erschieße dich. Oh, nein, das wollte ich nicht. Oh, hier kommen überall welche. Ah! Das war nicht der Plan. Also... Müssen wir dazu sagen, ich glaube, ich hatte gar keinen Plan. Aber... Ich komme damit nicht so ganz klar, wie man hier die Waffen wechselt. So, wenn ich jetzt nicht aufgefallen bin, dann weiß ich auch nicht. Jetzt habt ihr gesehen, was ich für ein tolles Aim habe in dem Spiel. Was halt leider kein wichtiges Anvisieren gibt. Ich visiere sehr gerne an. Egal, was für ein Spiel ich spiele. Und dann mag ich es echt nicht, wenn ich dann nur so ein ungenaues Aiming habe. Ich weiß aber nicht, ob die 40 hergekommen sind. Da war doch keiner. Oh, ich hab dich gehört. Boah, bist du schnell. Oh... Ich will jetzt nicht sterben. Das wäre ziemlich schlecht. Okay, okay. Ähm... Der hat was dabei. Das ist toll, weil ich hab gesehen, wir haben Leben verloren. Was für uns heißt... Ah, mir Schokolade oder was? Ja, mir die Schokolade mal. Und die Cola. Und das hier auch noch. Wenn wir zumindest wieder... Da kommen immer mehr. Ich mach die Tür einfach zu. Okay, ich hoffe das reicht. Kann ich die verbarrikadieren? Gut. Ha! Hier kommt erstmal keiner rein. Ich komm aber dementsprechend auch nicht flott raus. Okay, ne Leuchtrakete haben wir gefunden. Noch ne Zeitung. Hey, das kann doch nicht sein, dass wir überhaupt keinen Überlebenden mehr hier finden. Wir haben ja... Einen CCTV-Verteiler. Oh. Hier ist ne Barrikade drauf. Hier kommt keiner rein, oder? Mhm. Wie viele sind denn das? Sehr viele. Okay. Ähm... Das ist so doof, dass der erst auf die Leuchtrakete wechselt. Ich werde die Barrikade entfernen müssen. Oh! Sie hat's schon alleine gemacht. Oh mein Gott, wofür gibt's dann Barrikaden? Wer? Mit dem halben Gesicht hast du weitergelebt. Respekt, meine Gute. Wir nehmen uns mal den Cricket-Bett. Ich fühl mich irgendwie mit dem sicherer. Auch wenn die mit dem viel langsamerer sterben. Bei dir hab ich Angst. Aha, ich wusste es. Ich würd dir gern den Gnadenstoß geben, aber... Das Spiel lässt sich irgendwie grad nicht zu. Kann ich dir helfen? Toller Gnadenstoß. Der bringt von mir überhaupt nix. Bleib doch liegen! Huch! Wo hängen wir denn jetzt drin? Okay, wir müssen nach da hinten. Das heißt für uns, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir dann irgendwas brauchbares. Vielleicht springen uns aber auch wieder irgendwelche Zombies in den Weg. Hier ist was zum Plündern. Oh, Ratten! Toll. Verdorben. Verdorbenes Rattenfleisch. Naja, aber in einer schweren Zeit. Okay, die ist tot. Ist manchmal auch verdorbenes Fleisch gut. Falls wir nachher echt nix mehr haben. Ja, fliegt weg deine Süßen. Ich hab Angst vor denen. Ich würd noch leben. Aber das Establishment kümmert sich nur um dich selbst. Hilf dir selbst, dann hilf dir Gott. Vergiss das nicht. Kann man da nicht rein? Oh, oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der ist gepanzert! Was soll ich tun? Scheiße! Geh weg! Geh zu dem Feuer! Ich schieße einfach so oft drauf, bis er umfällt. Aber das ist der Plan. Der funktioniert nicht. Wie krieg ich den scheiß Helm weg? Kann ich den runterschlagen mit dem Krückelbett? Oh ja! Das hätte ich vorher machen sollen. Oh, er hat nur noch einen halben Kopf, aber er steht weiter standhaft hier. Stopp doch! Stopp! Okay, der Gnadenstoß funktioniert echt nur, wenn er's will, ne? Here's your bonus, hab ich grad schon gelesen. Ich wollt aber eigentlich hier gucken. Hier sind die 99 Prozent. Na toll, da kommt noch so ein Spiel. Okay, komm her! Ah! Oh, da ging's schnell down. Hier sind die 99 Prozent. Du bist auch nicht tot? Ja. Das ist die falsche Richtung. Oder? Etwa nicht. Warum kommen wir hier durch da dran? Nee. Jemand hat die Fahne falsch rumgehst. Das ist ein Notsignal. Was? Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Ah, wir stehen direkt davor. Gut, hätte mir auffallen können. Ernsthaft, wir müssen in dieses fette Gebäude. Kunde. Kunde, ich würd gern dieses MG nehmen. Einfach los schließen. Oh, ich weiß, dass es nicht geht. Oh nein, hinter uns ist einer. Oh, dreh dich um! Oh! Nein! Er hat uns getroffen. Nicht schwer verwundet, aber getroffen. Das ist für mich... Soll ich hier die Ratte nehmen? Nee, es ist mit Zuno, es ist Risiko. Hab ich noch irgendwas zum Essen? Hab ich nicht. Scheiße, okay. Ja, wir überleben das schon. Ich bin mal positiv. Oh nein! Ich will hier weg! Ich will hier weg! Geh bloß dich und lass an dir, mein Freund. Mach deinen Helm weg! Los! Ja! Gnadenstoß, kommt schon! Er lebt noch. Er windet sich wie ein Wurm. Ich krieg ihn nicht durch! Kannst du keinem Menschen erzählen. Also das finde ich echt nicht gut. Der Gnadenstoß funktioniert nur, wenn er es will. Vielleicht findest du da, was du brauchst. Wie bitte? Wo soll ich gucken? Ich müsste irgendwie nach da hinten, ne? Kann ich hier hinterlaufen? Nee. Ich muss echt auf die andere Seite, da. Ah, super. Vielleicht geht die Tür ja auch. Abgeschlossen, was? Mach nichts. Du musst das Schloss knacken. Find ein Werkzeug. Kann ich sowas? Da hinten soll ein Werkzeug liegen. Okay, dann rennen wir mal dahin. Und wie ich gerade herausfinde, das mit dem Rennen funktioniert doch. Über längere Zeit, aber es funktioniert nicht gut. Du musst echt richtig weit den Stick nach vorne drücken. Also wirklich krampfhaft. Womit das funktioniert. Oh, was ist das denn? Oh, kann ich das nicht alles mitnehmen? Das ist so cool. Komm mal her, Inventakel. Ich kann nicht diese Ratten da rauswerfen. Ja, ja, geht mal hier. Ich nehm mir lieber ein bisschen was dafür. Verwendbar mit Geschütz. Eine Granate weniger vielleicht? Oh, ich wette, ich mach eh... Oh nein, das wollte ich nicht. Das ist zwar nicht so abgemacht. Wegwerfen. Oh Gott, tu die scheiß Granate weg. Und dafür nehmen wir einmal Geschütz-Munition mit. Perfekt. Oh mein Gott. Bleib weg. Hier ist tatsächlich ein Rabe drauf. Hier ist ein Schlafplatz. Jetzt hier noch was zum Plündern. Verbessern können wir noch nicht. Ich würde sagen, ich habe jetzt gerade leider echt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke mal, dass jetzt die Aufnahmezeit eh fast wieder vorbei ist, weil das geht halt echt mega flott. Deshalb werde ich jetzt sichern, wir werden mal kurz rausgucken, was da ist, was hinter der Tür ist, wenn wir den D-Tisch benutzt haben. Und dann werden wir ein anderes Mal wieder weitermachen. Wahrscheinlich morgen. Das ist jetzt gerade mitten in der Nacht und ich dachte, ich nehme noch mal ein bisschen auf, das hat echt Spaß gemacht, auch wenn ich nicht weiß, wie es will ich nicht. Okay. Bleib weg, ich habe ein Geschütz. Ist da noch mehr? Ich sehe nichts. Ich habe Angst, dass die von hinten kommen. Ah nein, die kommen echt von vor. Oh mein Gott, wo kamen die Plätze zu flott her? Ich warte mal, ich werde auf dieses Fasta gleich schießen. Ich hoffe, es explodiert ganz lustig. So wie ich mir das vorstelle. Alter, sind die schnell. Oh mein Gott. Okay, es hat irgendwie funktioniert. Ich habe nicht keine Muni mehr. Hinter mir, oder? Nee. Das Geschütz ist leer. Was soll ich tun? Oh mein Gott. Wie soll ich das überleben? Blau. Oh mein Gott, das sind das viele. Ich hätte mehr in die Munition investieren sollen. Kann ich nicht einfach abhauen? Äh. Wie geht das? Nein. Nein. Oh, wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Das war eine gute Idee, aber es wird schon zu dir. Scheiße. Nächstes Mal die Granate nicht mitnehmen. Die Geschützmunition. Das ist die bessere Idee. Nein. Oh mein Gott. Schaffe ich das zu dieser Munition? Ich sehe einfach echt gar nichts. Und der läuft nicht mehr. Das war echt nicht der Plan. Was? Schaufel? Schneller.